jetzt muss ich da noch mal hoch außer ich hab mich tot aus weil ich da runter wollte warum ist es was dann ich bin nach oben gelandet ja was sehen wir unterfällst ich bin nicht aber ich bin ja dieses gericht konflikte 100 prozent zweite phase wir wollen es nicht machen gibt es da muss ich weiß es funktioniert ich glaube acht ist das max fast immer hallo ist fast schon gerade die ladung das sah idiotisch aus da oder da oben besser gekonnt aus oder ich will nicht wissen wie oft das auch schon die noch mal gekostet was weiß warum er so gelb ist dass wir eher ein pissen entschließt mich nicht unter jemals und gleich ist er den arsch ist wahrscheinlich die grappe der da also getroffen macht er denn noch voll in die fresse da drin funktioniert dass die vorlesen richtig was sei da das ist da drin funktioniert das nicht so richtig nico speedball dann zuhört mich spieeeeeeeeen so ist Karten das ist mein Karten aus was schluck auf fack mich schon wieder miau da muss es wahrscheinlich auch ab und zu nur warum mache ich das alles jetzt ich bekomme gern Geld dafür von jedes maus nur in meinem ganzen schweiß ich bekomme gern Geld dafür von jedes maus nur in meinem ganzen schweiß eigentlich bekommt sie dafür Geld ja genau weil die umus Viecher sie auch bezahlen dafür mit Wissen toll ich meine es ist halt echt so Wattel ist der einzige Teil wo Samus nichts verliert dann scheint sie einfach bloß alles aus wo und wo ja Wattel hat sie halt doch nie verboten sie hat sich auch nur aus dem Speck gemacht ja ja aber er ist auch so er hat auch sofort gearbeitet ja 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 das hat ihre kompletten Systeme aus auf einmal kam es Samus ich erlaube den Einsatz seiner raufballbomben ja ja die raufballbomben sind bis auf weiteres deaktiviert das hat er gesagt ja ja das ist zu oft der Raumstation und ein paar raufballbomben sind ein bisschen gefährlich hat man gesehen dass das nicht gefährlich ist? aber es können sie gefährlich sein hat man gesehen dass das nicht gefährlich ist? ja die arme Königin das ist übrigens so der Boss der Boss der ist ein bisschen groß ja und hässlich ja und der hat viele Sachen zum scannen ach seh ich schon und du hast für den Boss 30 Minuten Zeit nein ha nein so lange wie es er geht du hast 13 Minuten bis du über den Boss verreckst ich weiß nicht wahrscheinlich auch sehen es eh in 50 Minuten nein das dauert schon ein bisschen länger warum hat der sechst und achten solche Hälfte nicht an? hänge tippen der hat ganze 5 Scans ins Gesass das und schulerts wird und was sie eigentliche und was sie ja so gut auch hier seine klinik zerstehen natürlich hat er genau das ist gerade ausgeschaltet ich muss das fragen wo schießt du bin mit dem supermissalz ich weiß es nicht, lass es jetzt das ist aus, oder? was macht es aus? nein er hat eine cooles musikszene das muss ich hier lassen jetzt geht es um die rauschige wie von nightmare der war eine fusion karte ja, ich bin an den fusion nicht mal getötet echt? im fusion hat er mich auch nicht zu nennen ich hab einen fusion, glaub ich ich hab gleich einen fusion beim 3 versuch mitgekommt aber er war hart creepy ich find das creepy, das hat ihn auch der vermisse bekommen und er wollte einfach nur 10 mal geiles fusion das muss man los scheiß doch endlich keine güte und jetzt lassen sie mich in ruhe keine güte aber mein schuss kann doch durch ja, er kann doch durch ja quadraxis der ist einfach zu groß ey, was geht's hoffen nein supermissal kann nicht durch ja der ist immer wieder ja damit er schneller aufhört hat er sich als erstes abgeschossen nein ich hab so ein gill ich hab so ein gill ich hab so ein gill huch der ist new miau so ein kleiner torpedostort oder gegenstart was? yes also wir scannen jetzt aha ich hoffe ich krieg alle scans warum? weil das letzte mal hab ich nicht alle scans bekommen dieses zu spüren wenn ich irgendein Scan verpasst hab der ist noch nie ja nein jetzt nicht mehr aber wir schädigte was habt ihr zu dir? was habt ihr zu schädigte? was habt ihr zu dir? Aua das tut doch weh aktuell das möchte ich mal jetzt scannen Danke. Wollte ich jetzt noch was zu können? Oder weißt du schon, was er da hat gesagt? Genau. Der Rat mit mir. Ja. Ich brauche mal ein paar Messides. Jetzt ist er nämlich wieder ein abgeschimpftes Kammer. Die hatten wir, ne? Ja. Die haben sie schon ein Messer. Keine Ahnung. Es ist wieder dunkel. Er ist kaputt. Seien Sie die neugierig sind. Was ist das? Das war schon geklappt. Er war gerade das Kennwort. Was? Ich meine gerade das Kennwort. Ne, doch gar nicht. Wo ist es? Es gibt noch eines. Meine Güte, hört doch auf, immer in diesem Scheiß-Ding zu gehen, während ich das mache. Ganz ehrlich. Hey, ich denke, es ist erstmal kein Wissens mehr. Der wird mit den Scheiß-Ding zu gehen. Okay, das geht um das Kampflaster. Ich habe das schon mal ein paar Pfeile. Ich habe das Motto an, ich habe das geschickt. Ich habe das Song. Die Kampflaster-Ding zu gehen. und ja Wo ist das? Wo ist das? Zeig rüber dir Weg! Letzte Pause Jetzt haben wir steht doch direkt sofort Okay, mach dich selbst noch kurz Wir sind nicht Max ist 100% perfekt, Wächter 100% Hast du hoffte? Äh, wahrscheinlich Echo, oder? Er ist Wächter, also Er ist der Wächter Es ist der E-Boss Der Gebiets-Boss Okay Er ist ja schon mit dem Echo-B Mit dem Leiter Ach, blöde Kohl Ja, du 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 blöde Kohl Jetzt... Ich hab mich an seinem Arschbitt festgehalten Ja, du blöde Kohl Quatrexys Das ist ein bisschen Zamos machte auch mal einen Tromper her Ja, schon Wieso hat sie den Wüsenjet gerade außer was er benutzt? Keine Ahnung Weiß es kann Wir dürfen es nicht Eine Lighter Beam. Hier ist kein Zeug aus. Grauthirn öffnen. Endlich Zeug inhalieren. Das Problem, den kann man nicht einsetzen, wenn wir kein Licht oder kein Dunkel haben. Ich glaube, der braucht jeweils 5, oder? Ne, der braucht jeweils 1. Was passiert? Wasser. Die Spielmaschine spielt rum. Es geht keiner ans Telefon. Hier ist heiß. Hier ist heiß. Bebel. Wie geht das? Und zwar. Das ist ein Giulia. Wie wir das zu sehen haben. Man muss ein bisschen von Licht und Dunkel. und der perfekten Synchronität, ist auch zielsuchend und die letzte Energie, oder? Ja, das ist auch ganz schön lange, da ist es auch richtig für eine Energie. Gut, dann würde ich schauen, das ist ja auch der perfekte Moment zu beenden. Habe ich schon 20 Minuten? Was? Wie lange habe ich noch? 20 Sekunden. Ach so. Der hätte auch gerne meine Missos und Waffen auffüllen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.